Salve a tutti. Wir haben den 16. März, es ist morgens sakrisch früh, es ist 6 Uhr und in diesem Film geht es um das Gold. Also ich bin sowohl vom Gold und es geht in diesem Film auch um Silber, von beiden bin ich insgesamt ziemlich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Hätte mir einer irgendwann hier November, Dezember gesagt, es gibt im Februar und März die Probleme, die wir momentan haben, Ukraine, jetzt kommt China noch hinzu und und und. Wo steht das Gold? Ich glaube, ich hätte gewettet, was ich kann, dass wir irgendwo bei 2300 stehen. Der Begriff der Krisenwährung, den streiche ich direkt aus meinem Vokabular. Ich finde das insgesamt ziemlich enttäuschend. Was ihr hier vor euch seht, ist der Tageschart, also eine Kerze, einen Tag und man kann dieses Doppeltop hier ganz klar erkennen. Grundsätzlich gilt sowas hier als so eine Art Rounding Bottom. Das ist ein gutes Signal. Das gibt es häufiger. Aber so ein Doppeltop muss dafür erst überwunden werden. Das heißt, wenn wir wirklich hier drüber gehen, ich gehe gleich näher ran, dann sollte es auch weiter steigen. Aber ich finde die Entwicklung, die es gemacht hat in den letzten Wochen eher schwach. So, und jetzt gehe ich mal näher ran. Wir haben also hier, das war jetzt am 08.03. den Höchstkurs gehabt bei 2070. Und davon haben wir jetzt direkt wieder 50% abgegeben. Wir sind ordentlich gelaufen. Das habe ich verstanden. Das konnte ich nachvollziehen. Aber dass wir jetzt dann so nachgeben, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich sehr, sehr enttäuschend. Und wir liegen sogar schon wieder unter der 20-Tage-Linie. Ist auch nicht besonders glücklich. Aber was haben wir hier vom Chart her? Wir haben hier jetzt eine sehr gute Unterstützung. Die kommt hier hinten vom Juni letzten Jahres. Und da sind wir momentan hier. Das kann man nicht ganz so genau ausmachen. Also ich zumindest nicht bei 1.908. Als nächstes haben wir die Unterstützung, das war das Zwischenhoch, was wir hatten im November. Und da liegen wir bei 1.875. Das verbindet sich auch hier mit diesem, ich weiß nicht mehr genau, was da los war, mit diesem Tag, wo es mal heftig hoch ging und dann deutlicher wieder runter. Ich hole es nochmal noch näher ran. Das hier ist dieser lange, lange, dieser lange, lange Widerstand, den wir hatten. Ach, der kam hier hinten vom Juli letzten Jahres. Das sind diese 1.831 bis 1.835. Einmal kurz rüber angetäuscht, dann wieder runter, aber dann letztendlich doch mit Schmackes genommen, wo wir auch diesen Downtrend hier gebrochen hatten. Also, das ist für mich, diese 1.835 ist schon eine super wichtige Zone. Zum einen ist das der Downtrend, den wir haben von dem alten All-Time-High hier, von 2.000 und, was war das ganz genau, 2.069. Den habe ich gezogen. Der verbindet sich mit dem unteren Band, der verbindet sich mit diesem ehemaligen Widerstand, das ist halt jetzt Support, 1.835. Und dann liegt auch knapp dahinter die 200-Tage-Linie. Das ist also schon, bis dahin darf es gehen. Das darfst du nochmal machen. Das werden jetzt dann nochmal ganz grob, naja, sagen wir mal 90 Punkte, bis dahin darf es fallen, aber mehr bitte nicht. Das heißt, meine Scheine, die gleich kommen, die werde ich also auch hier unten drunter suchen, da gehe ich hier nicht näher ran. Fangen wir mal an mit der Technik. MACD, super negativ, sowohl über die traditionelle als auch die moderne Sichtweise. Da ist nichts zu holen. So hastig, muss fallen. Gab es hier ein Verkaufssignal, guckt mal auf diesen Punkt hier, ich hole den mal ran mit meiner Maus, das war dieser Tag hier. Das hätte ich auch nicht gedacht, wenn einer sagt, wir gehen jetzt hier hoch, wir sind am neuen High und dann schließen wir am nächsten Tag direkt runter bei 1992, um dann noch weiter, deutlicher weiter zu fallen. Also ich stehe hier ein bisschen vor einem Rätsel, muss ich sagen, ich hätte nicht erwartet. Ich hätte erwartet, dass es steigt, ja, ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell wieder fällt. Das kommt mir irgendwie vor wie Gruppenfrust. Ein anderes Wort fällt mir dazu gar nicht ein. Von den Bändern her, das obere knickt schon ein bisschen runter, das heißt, ich gehe davon aus, wir kriegen hier eine Seitwärtsphase, die gehen kann von 1880 hier, so in diesem ganzen Bereich hier. Da könnte das hingehen. Ich sehe keine Entlastung im Sinne von, wir ziehen jetzt gleich hier weiter hoch. Ich glaube eher an diese Seitwärtsphase hier für die nächsten zwei bis vier Wochen. Aber es ist, muss ich ganz klar sagen, enttäuschend. Ich habe die Scheine so ausgesucht, dass ich den Call nehme, der noch hier unten drunter liegt, da. Und das ist ein 1768er Basis, das ist die HB087Z, Hebel von 12. Mir fällt da nichts Besseres ein. Ich würde mich jetzt nicht trauen, hier näher ranzugehen, zumal ich ja auch noch kein Kaufsignal habe. Der kommt auf die Watchlist, den schaue ich mir ganz genau an, wenn wir hier in diesem Bereich sind. Die Verbindung aus, Bollinger Band, Trend, Unterstützung, 200-Tage-Linie, dieser Bereich hier. Den Put, den kann ich ein bisschen einfacher finden, den lege ich hinter das Hoch. Basis 2077, auch ein Hebel 12. Das ist die HR0LMR. Tja, den jetzt zu kaufen, das bringt es auch nicht. Das sind beide, das ist für mich, das Gold hier im Moment, ein Non-Event. Die sind beide nur für die Watchlist. Und je nachdem, ob wir in den oberen Bereich reingehen oder in den unteren, dann werde ich aktiv. Aber jetzt, mir drängt sich hier jetzt nichts auf, muss ich ganz klar sagen. Gehen wir mal zum Silber. Das Silber hat sich auch toll entwickelt, insgesamt. Muss man schon sagen. Diese Unterstützung hier im Bereich 21 zu 22, die hat schon ordentlich Bestand. Da gibt es auch hier ab und zu mal einen Hammer. Hier ist noch so etwas Ähnliches, ein Umbrella Doji. Und auch hier das Silber. Hätte ich genauso gesagt, Christian, wir werden dann und dann im ersten Quartal Probleme kriegen. Ich hätte es irgendwo so im Bereich 28 gesehen. Das hat aber nur mit Mühennot noch nicht mal die 27 geschafft. Ganz kurz vorher auch eine Blutgrätsche hingelegt. Auch hier, wir haben die 50% Korrektur gemacht. Jetzt mache ich mal größer. Das hier ist der lange Downtrend. Hier liegt die 200-Tage-Linie. Das untere Band steigt. Das obere kriegt schon ein bisschen die Biege. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir eher eine Seitwärtsphase haben werden. Leicht korrektiv bis maximal zur 200-Tage-Linie. Da sind wir bei rund 24. Das ist eine schöne Bewegung. Ich muss das immer herausfinden, was an dem Tag war. Ich weiß das nicht mehr. Das hat mir da eben beim Gold auch. Das weiß ich nicht mehr. Kann ich nicht sagen. Also von den Bändern her, die gehen beide zusammen. Ich soll sagen, ein bisschen reduzierte Volatilität seitwärts. Seitwärts leicht korrektiv noch. Also von hier aus leicht korrektiv. MACD genau wie beim Gold. Traditionell, moderne Sichtweise. Beides negativ. Dorastik negativ. Ist nichts zu wollen. Ist auch hier kein Grund irgendwie. Also ich sehe keinen Grund für eine Position. Momentan nicht. Hier habe ich folgende Scheine genommen. Das ist auch beides so ungefähr ein Hebel 11. Der Call ist ein 22,75er. Da liegen wir hier drunter. Unterhalb des Bandes. Unterhalb von diesem Trend. Unterhalb von der 200-Tage-Linie. Der scheint mir ganz gut zu sein. Da sind wir also hier. Das ist die HB3ESB. Und für den Put, da gehe ich also auch hinter das, genau wie beim Gold, hinter das All-Time-High, Basis 27,02. Auch ein 11er Hebel oder 11,5er. Das ist die GX4W3Q. GX4W3Q. Genauso wie beim Gold sind es beides nur Scheine für die Watchlist. Es drängt sich mir gar nichts auf. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass ich jetzt hier auf 2 Dollar hoch oder 2 Dollar runter spekulieren muss. Interessanter wird es für mich, wenn wir diesen Bereich hier sehen. Gut, das war es erstmal. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt klein. Und auf den Ende. Bye, bye.